Ich möchte noch Beschäftigung finden. Das Einzige, was mich am Leben hielt, fünfzehn Jahre lang, war die Sehnsucht, mein Kind wieder zu sehen. Und mein erster Gedanke in jeder fremden Stadt war, vielleicht wohnt hier Kirov mit meinen Kindern. Ich hatte schon jede Hoffnung aufgegeben, bis ich in diese Stadt kam. Das ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020